Dann wollte ich das Ding mit meinem Freund drücken, doch der Mann hat gesagt, wir sollten nicht drücken. Aber wir haben trotzdem gedrückt, dann sind wir gerannt und haben uns in dem Riesenreifen versteckt. Zu unserer Überraschung saß da schon jemand drin. Hey, halt, jetzt beherrsch dich, du bist vollkommen überreizt. Schütte schnell ein paar Bierchen rein und dann ab mit dir ins Bett. Juhu, Bier, 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 Bett, Bett, Bett.